Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sag mal, weinst du? Das musst du doch nicht. Alles wird gut. Hey, wir kommen groß raus. Sprich mir nach. Wir kommen groß raus. Wir kommen groß raus und verändern die Welt. Hör auf. Los jetzt, mach schon. Lass mich. Mach schon, mach schon. Hey, du tust mir weh. Kille, Kille, Kille. Los, sprich mir nach. Wir kommen groß raus und verändern die Welt. Wir kommen groß raus und verändern die Welt. Ich hör überhaupt nichts. Wir kommen groß raus und verändern die Welt. Lauter, lauter. Wir kommen groß raus und verändern die Welt. Wir kommen groß raus und verändern die Welt. Wir kommen groß raus und verändern die Welt. Nur? Kamal, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Warum singst du, Mohamed? Damit will ich meiner Schwester helfen. Singen hat seine eigenen Gründe. Was soll das bedeuten? Du musst deine Stimme mit deiner Seele und deiner Leidenschaft vereinen. Und wird es meiner Schwester helfen, eine neue Niere zu bekommen? Lass dir nie einreden, dass deine Träume unwichtig wären, okay? Alles klar? Manchmal sind sie alles, was wir haben. Das ist eure ganz große Chance, der nächste Arab Idol-Star zu werden. Bewerbt euch! Die letzte Möglichkeit für das Vorsingen habt ihr diesen Samstag ab 6 Uhr im Marriott Hotel in Kairo. Mein Schatz, wenn du Erfolg haben willst, dann musst du auch Fehlschläge einstecken können. Hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Du bist noch so jung. Ich mach keine Fehler. Ja, da magst du recht haben. Aber ich mach welche. Es war ein großer Fehler, mit dir reden zu wollen. Mohammed, beeil dich. In 5 Minuten sind die Ergebnisse da. Wir brauchen Musikinstrumente. Mit eurem Geld bekommt ihr nicht mal eine Saite auf dem Flohmarkt. Du träumst doch, du willst eine Band gründen? Zurzeit in Gase, du spinnst doch. Ganz besonders du kannst mehr zustande bringen. Das ist eure ganz große Chance, der nächste Arab Idol-Star zu werden. Bewerbt euch! Ich muss nach Ägypten. Dieser Ort bringt mich um. Ich muss weg von hier. Warum dieses Risiko? Unsere Stimme muss gehört werden. Die Tickets sind alle weg. Aber man sollte um sechs hier sein. Die Leute warten schon seit zwei Tagen. Hey, komm da runter! Du bist unser einziger Bewerber aus Gaza. Wenn du singst, gibst du Millionen Hoffnung. Du musst gewinnen. Bitte begrüßt nun mit uns aus Gaza, Palästina, Mohammed Assam! Und wir Mai. Vor allem. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.